Sicher war es irgendwann am Ziel, in der Bundesliga zu arbeiten, dass es so schnell kommt, das ist natürlich überraschend auch für mich. Wie hast du es erfahren? Kannst du es aus deiner Sicht kurz erzählen? Ich habe gestern einen Eindruck von Tommy Balz, ziemlich spät. Ich war kurz vor Mitternacht und da hat er gemeint, der würde sich gerne mit mir heute treffen. Da habe ich mir eigentlich schon denken können, um was es geht. Heute haben wir sie dann getroffen. Wichtig war, an die Mannschaft zu appellieren, dass sie einfach in der Pflicht sind, weil alles am Trainer immer abzuschieben, das ist mir zu einfach und da würde man es sich zu leicht machen. Die Spieler müssen sicherlich anders auftretend sein, das ist ganz wichtig und dann werden auch die Erfolge wieder zurückkommen. Ich glaube, das Auftreten der Mannschaft war mir ein bisschen zu passiv, auch wenn der Gegner einen Ball hat. Ich glaube, wir stehen zu weit hinten ein bisschen. Da wollen wir ein bisschen früher attackieren, höher attackieren. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz entscheidender Punkt und natürlich auch aggressiver. Gegen einen Ball arbeiten und mit einem Ball ist es natürlich nicht immer ganz einfach, wenn man erzählt, man will einen technisch gepflegten Fußball spielen. Natürlich, das ist in der Tradition von der Austria, das will man natürlich weiter pflegen, aber da spielt dann ein Gegner auch mit. Das ist dann immer schwierig, den Fußball gut nach vorne zu spielen. Aber das muss unser Ziel sein und an dem werden wir arbeiten. Da haben wir sehr viel zu tun. Seit den Zeiten von Karl Daxbacher habe ich jedes Heimspiel gesehen und die Auswärtsspieler live im Fernsehen. Ich habe mit vielen Spielern schon zusammengearbeitet im unteren Bereich. Und viele Spieler kenne ich so. Wir treffen uns oft, wir reden oft. Beim Peter Stöger war ich auch sehr nah bei der Mannschaft. Der hat mir das ermöglicht, dass ich da so ein bisschen reinschnuppern kann. Und von daher ist das überhaupt kein Problem. Ich brauche die Mannschaft nicht, außer vielleicht die Neuzugänge, die jetzt gekommen sind, wie der Ola Kamerad zum Beispiel. Natürlich dauert es noch ein bisschen. Vielleicht wissen wir sie richtig kennen, aber einen Großteil der Mannschaft kenne ich sehr gut. Und von dem her können wir sich auf die Trainingsarbeit konzentrieren. Als Führungsspieler ist es auch ganz wichtig. Der Trainer stellt dann an die Führungsspieler noch höhere Ansprüche an den Kapitän. Und dieser Rolle muss man auch gerecht werden. Und vielleicht war er nicht zufrieden mit seinem Auftreten und deshalb hat er die Entscheidung drauf. Und das muss man akzeptieren. Und der Arti muss die richtige Reaktion drauf zeigen und dann wird das auch wieder passen. Natürlich ist die Ausgangsposition jetzt nicht die allerbeste. Aber sie ist nicht hoffnungslos. Und wir werden alles versuchen, mit einem Erfolgserlebnis zu starten. Und dann kommen zwei Heimspieler auf uns zu. Also wenn wir die richtige Reaktion zeigen, dann ist vieles möglich. Dann können wir uns da ran kämpfen. Und dann sind wir wieder dabei um die Europakap-Plätze. Und für das werden wir alles tun, um am Ende dann vielleicht wirklich nächstes Jahr dann wieder international dabei zu sein. Die Kampfmannschaft ist natürlich das Höchste im Verein. Und wenn man die Chance kriegt, dann will man diese Chance auch nützen. Aber ich bin überzeugt, egal wie die Lösung dann aussieht, wer die Mannschaft betreuen wird. Wir werden auch da wieder eine gute Lösung finden. Und das ist ganz wichtig. Aber natürlich, wenn man mit den Burschen zusammenarbeitet und schon so lange Zeit wie jetzt, wird man dann auch ein bisschen sentimental. Das ist eh klar, aber das ist, glaube ich, menschlich.